Diese süße Maus, die hier sitzt, ist unsere Grace. Sie ist sieben Jahre alt und 43 cm groß. Grace und ihre Freundin Beth kommen aus dem staatlichen Tierheim im Norden Portugals. Laut Aussage der Mitarbeitenden dort waren die beiden Hündinnen mehrere Jahre lang dort. Immer in der gleichen Zelle, ohne jemals Besuch von Interessenten zu bekommen. So viele verschwendete Jahre möchten wir jetzt wieder wegmachen. Trotz der langen Zeit, ohne viele positive Interaktionen mit den Menschen, ist Grace eine menschenbezogene und freundliche Hündin. Sie hat ein eher ruhiges Gemüt, liegt gern in der Sonne und beobachtet das Treiben um sich herum. Wenn man aber an den Zaun ihres Geheges kommt, steht sie auf und unterbricht ihre Schläfchen, um einen freudig zu begrüßen. Grace wird sehr gerne gestreichelt und genießt es, uns nah zu sein. Sie versteht sich gut mit den anderen Hunden und startet keine Konflikte, sondern zieht sich eher zurück. Wenn du dich jetzt für Grace interessierst, dann melde dich doch einfach bei uns. Alle Infos dazu findest du in der Infobox.